Wir müssen die Pollution terminen, weil die Pollution die 7 Millionen Menschen in einem Jahr töten. Das ist die Message, die wir nach Hause bringen müssen. Das sind über 100 Windmüll. Die haben wir in 2008 gebaut, während ich Gouverneur war. Und jetzt sind wir hier. Wunderschön. Und die Energie, die hier produziert wird, ist renewable. Das ist das Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Du bringst all diese wunderbare Kleine aus Italien, aus Deutschland, und du dressst mich auf. Und ich bin ein Icon, ein Magazin, ein Cover. Das ist ein tolles Tag. Und wir werden viel erreicht werden, so zu sprechen. Aber morgen wird es anders. Wir wissen nicht. Ich habe durch die Zeit, wo ich in der Höhe war. Alles war perfekt. Und dann, all of a sudden, die Doktor würde sagen, das Need Heart Surgery, du brauchst Herzbsarge. Ich versuche immer zu verbessern, egal ob ihr esnimmt. Ich liebe lernen und ich liebe sie in Absorben und weiter zu bekommen. Und zu bekommen, dieses war, ich glaube, war Teil der Philosophie zu bleiben, bleiben wunderschön. Wir sagen in Deutschland, wenn schon, dann schon, und ich liebe das, weil es alles sagt, wenn du etwas machst, dann gehst du alles weg. Oder nicht mach es überhaupt nicht. Nicht mach es einfach. Also, wenn du etwas machst, dann gehst du alles weg. Vielen Dank.